Nicht alle sind so. Geschrieben von Wilfried Liebe am 25. Juni 2008. Nicht alle sind so. Sei gewarnt vor den Unmenschen, die ihre Haut in die Sonnenstudios tragen. Sei vorsichtig, wenn du dem Porsche begegnest. Nimm besser eine andere Route. Notfalls sogar der Einbahnstraße entgegen. Ein Diamant macht Hoppla. Aber es gibt keine barmherzigen Samariter. Die Bibel lügt.